So, wir sind leider schon am Ende. Jetzt kommt unser letzter Song. Vielen Dank, dass so viele Leute so früh hergekommen sind. Damit hätten wir wirklich nicht gerechnet. Wer mag, morgen spielen wir bei Radio Energy in Hamburg. Gibt's irgendwie Livestream, glaube ich, irgendwo mal suchen. Und posten wir, glaube ich, auch nochmal bei Facebook. Oben gibt's paar T-Shirts von uns, wer Bock hat. Ansonsten noch einen schönen Abend und viel Spaß mit den anderen Bands. Tschüss. Musik Am Kameo-Fangos-Spiegel kannte wir zu Fettbecken. Es war eine schlitte Kirschenlauch und schon geht das Läckern aus. Es war eine Schlauze, die wir haben auf Untertassen. Es war eine Schlauze, die wir haben, die wir haben. Es war eine Schlauze, die wir sind. Es war eine Schlauze, die wir sind auf die Ete fassen. Damit erst mit Waren, wirkt uns heute lecker. Am Kameo und der Läckern, ändern sich schon mal die Geschmäcker. Das tun wir den Schein. Es ist ein Schlauze, ein Schlauze, ein Schlauze, ein Schlauze, ein Schlauze, ein Schlauze, ein Schlauze. Gemeinschaft ist in Stamm, das hat uns am Ende. Wir werden gemeinsam mit besserer Inhalt ein Schlauze. Ein Schlauze, ein Schlauze. Ein Schlauze, ein Schlauze. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020